so weiter geht es mit niederspeed rivals 75.000 gold und interceptor das kriegen wir alles hin so drei leute müssen wir holen ja war mir fast klar vielleicht leicht in die wand dann kriegst du sie der einheit aber schön gekriegt er hat sich schon mal weg die waren auch weg zwei von drei jetzt bräuchte das team auf kurz zu fallen war mir klar fertig so ich bin jetzt ganz alleine mit dem interceptor und dem esf treffer brauchen wir noch jetzt noch mit dem hier erledigt hier entwickelt sich eine verfolgung mit 11 51 versuche ihn zu stellen 3 genehmigt er bitte status meldung eigentlich eine relativ simple speedlist so gut 33.000 euro wie kriegen sie doch locker hin leute so war noch an den interceptor dann haben wir das ding auch erledigt so gut 33.000 euro wie kriegen sie doch locker hin leute so war noch an den interceptor dann haben wir das ding auch erledigt die harte landung die harte landung aber ich hätte jetzt den links halt jetzt gewandt die verfolgung eines bekannten verdächtigen ich lege ein nagelbad aus ich habe ihn auch sicherlich noch hinter das ist nicht wahr ich hab den fahrt mitgenommen da kommt diese schade würde karne um die ecke aber wir haben dort hätte noch mit gekürzt aber glück gehabt ich dachte mir meine versorgung da sind wir sogar schon fertig wir brauchen noch die 50.000 speed points dann kriegen wir so locker das ist alles entgegen was ich habe aber er fährt weiter setzte nagelbänder ab um 744 auszubremsen achtung lege ein nagelband aus achtung officer in code 3 hinterverdächtigen racer nahe einheiten unterstützung leisten achtung racer werfen hindernisse alle einheiten achtung verfolgung eines 1041 hier geht es ja nur so der erste schon mal dauernd dankeschön die 1 linken 6 habe die 1044 in sicht und schließe mich den einsatz an so der erste schon mal verhaftet wieder das war's und die 75.000 speed points gehören auf uns aber der dreckshorst nicht rausgegangen jetzt muss ich warten bis der wieder neu geladen hat komplett gut ... ... Okay. ... und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Nächste Kommande passen. Wird im Moment gedauert mit dem Dienst. So, dann haben wir noch einen Speedlister und dann sind wir schon mit dem Kopf wieder durch. So, da ist der Kommande passen. Mal rein. So, da ist der Kommande passen. sehr geil verfolgt sich neue wagen wir kriegen eine lambo maskierten dunkelheit ich bin überlegt das kriegen wir hin das haben wir auch schon auf dieser links gemacht ja gut dann die verfolgsarchologie ich brauche ihn von andere einheiten und zwar brauche ich wo ich mir meine mp und dann möchte ich gerne noch auch eine schock haben ist ja gar nicht mehr so schlecht so gut ja wir 16 sind wir schon mal kopf eine haben wir jetzt auf die fall noch und zwar haben wir die 2 machen die können wir doch ohne volumen den haben wir schon gefahren die hat das hatte ziel die jungs ja mal gestoppt so was haben wir hier oben das haben wir auch schon gefahren haben wir noch irgendwas was wir gerade noch nicht gefahren haben der mir die flut das ist die nächste aufgabe warum haben wir jetzt gerade sagt wir sollen die links zu stoppen dann gehe ich doch mal ja ein kommender was bestellt ich muss die dinger noch gold fahren wir haben schon gewollt Ich habe seine Anwälte ausgeschaltet, er verliert Tempo. Versuche ihn einzukeilen. Uuuuh, da ist er. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Zentrale Verdächtiger verteidigt sich, bin noch hinter ihm. Zentrale Nebel bei Verfolgung von SIFI und wird sich schaden. Kontrollverdächtiger versucht sich abzusetzen, bin noch dran. Achtung, Verfolger hat eine Polizeieinheit absichtlich gerannt. Over. Ziele werfen, Hinternäste auf die Straße. Zielfahrzeug gefunden, zahre los und greife ein. Kontrollverdächtiger Treffer am 744. Kontrollverdächtiger Treffer am 744. Kontrollverdächtiger Treffer am 744. Gut, ich hätte die Schockrappe nur einsetzen können. Auf Zentrale, dieser Karte ist ein 1042. Hat sich Officer meldet, Racer zerstört, öffentliches Eigentum. Kontrollverdächtiger Treffer am 744. Den hat er aber gespürt. Schade! 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 Ü oo! Öl. Öl. Heute pullen available. Beastars. Warte, 120. Engriffe in Me Hide. We full cost! OLL W 493. coração! We good! Kostallverdächtiger getroffen. Jetzt hat er es endlich gemerkt. Auf Haft, gerade. Ziel wurde festgenommen. Ich habe verstanden. Wir müssen sich um 10.44 im Gebiet finden und verhaftet. Auf Treffer, versuche jetzt die Festnahme. Das würde mich als ich die Spiegel salgen würde. Scheiße! Eine billige Fahrtermine. Haha, ich habe hier noch mitgenommen. Den habe ich noch mitgenommen. Egal, wir haben es auf Gold geschafft. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, wir gehen in die Kommandezentrale. Wie ihr seht, ich... Auf Zentrale ziehe mich aus Einsatz zurück. So, nächste Kommando passt. Der ist nämlich 0,00 Meter weg. Warum haben wir das Ding schon geschafft haben? Ist mir allerdings egal, ob so wir haben das Ding geholt. Und damit sind wir uns schon durch. Für heute und wieder mit den Cops. Ich glaube, wir gehen in die neue Fahrradfahrzeuge. Neues Auto. Ich glaube, das ist mein Name ist ein Martin. Okay. Sie können nicht ankommen. So. Okay, wieder 100.000 rauskriegen. Wir sind schneller, breiter, tiefer. Ja, können wir euch dann besiegen. Sie können nicht entkommen. Und bei dir ist es hier. Gut, dann machen wir schon wieder Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es mich wieder mit den Racern. Ja.